Da müssen Anstellen klicken, weil es ist völlig klar, dass das Grundgesetz und auch die Menschenwürde massiv verletzt wurde und zwar vorsätzlich und mit bestem Wissen, dass es so ist. Wie gesagt, es eitert mittlerweile immer mehr raus in immer mehr Ländern katastrophale Zahlen, die auch Studien rausbringen, über eine Million Übersterblichkeit in den USA, Großbritannien kommt viel raus und irgendwann wird sich diese Wahrheit nicht mehr unterdrücken lassen. Hallo ihr Lieben, heute ist der beste Tag deines Lebens und ich freue mich auf die nächste Sondersendung mit dem lieben Peter. Herzlich willkommen, lieber Peter. Hallo liebe Zuschauer, hallo lieber Matthias. Ja, wir sind wieder da, diesmal schon nach drei Wochen. Letztes Mal war man ja nach fünf, aber auch in diesen drei Wochen ist unglaublich viel passiert. Die Ideen sind zugeschlagen, deswegen wird es nicht langweilig werden. Unbedingt, unbedingt. Ja, wir freuen uns. Vorher noch eine kurze Ankündigung. Wir machen eine tolle Aktion vom 19. April bis 22. April, nämlich unsere legendäre Express-Darm-Core Premium zur Ablösung des Biofilms und zur nachhaltigen und schnellen Reinigung des Darmes. Ich mache sie und alle, die wollen, können mitmachen. Alle Infos findet ihr direkt unter diesem Beitrag und ist eine tolle Gelegenheit, einfach mal wirklich deinen Körper so richtig zu entschlacken unter der Begleitung von mir und meinem Team. Also das erste Mal, dass wir diese Aktion machen, in dieser Form. Ja, wenn es euch interessiert, schaut euch gerne die Infos dazu an. Und jetzt gehen wir direkt zu den aktuellen Themen. Lieber Peter, wir haben auf jeden Fall Stoff ohne Ende. Wir könnten auch Stunden reden, aber ja, fang einfach an. Ja, wir fangen mal hier an in unserem Lande. Da ist ja eigentlich Mitte März eigentlich eine Riesensensation passiert, die aber natürlich an vielen völlig vorbeigegangen ist, weil die Massenmedien auch wieder das nur ganz am Rande beziehungsweise gar nicht thematisiert haben. Nämlich die Protokolle der RKI-Sitzung während der großen C-Zeit. Ja, die wurden ja von dem Magazin Multipolar freigeklagt innerhalb von zwei Jahren. Das RKI hat sich also gewunden, um diese Dinger freizugeben und ist dann rausgekommen. Allerdings mit vielen Schwärzungen. Ja, also nicht nur Namen, wie das unser Herr Gesundheitsminister mal gesagt hat, sondern da sind ganze Seiten geschwärzt, insbesondere wenn es um die Spritze geht. Das wird noch spannend. Da ist man gerade dran, das auch noch freizukriegen. Und interessanterweise hat der Herr Lauterbach jetzt ja auch von sich aus gesagt, er will eigentlich diese Schwärzungen aufheben lassen. Ja, jetzt gibt es natürlich schon Memes. Ja, danach ist das Blatt dann halt ganz weiß. Ja. Aber gut, er hat natürlich auch gesagt, und das könnte schon sein, er hat natürlich im Großteil dieser Zeit war er ja noch nicht Gesundheitsminister. Sprich, das fällt alles noch in den Beritt des Herrn Spahns. Und vielleicht will er sich da selbst jetzt auch ein bisschen, soll ich sagen, durch Fingerzeig auf andere retten. Also das ist, was ich ja vermute, was irgendwann einfach kommt, dass auf einmal alle anfangen, gegenseitig auf sich zu schießen, wenn die Sache nicht mehr zu stoppen ist. Momentan ist es alles noch ein bisschen, wie soll ich sagen, verhalten. Das ZDF hat sogar mal einen ganz guten Artikel gebracht. Der wurde dann später wieder redigiert. Dann wurde das Magazin Multipolar dann auch auf einmal natürlich im Framing rechtsextrem oder rechts oder rechtspopulistisch. Ja, dass man, also, aber es kommt sehr wenig in den Massenmedien. Wobei, ich glaube, der Frank Köstler hat es gesagt und andere, also wenn hier der Rechtsstaat noch funktionieren würde, müsste sofort die Staatsanwaltschaftler Ermittlungen aufnehmen. Und es müssten Verantwortliche verhört werden und unter Umständen auch festgenommen werden. Weil schon allein, was in diesen lesbaren Teilen dieser Protokolle steht, sagt eigentlich nichts anderes, dass die bösen Schwurbler und Verschwörungstheoretiker in ganz vielen Bereichen Recht hatten und im RKI das auch bekannt war. Das RKI selbst, muss man mal so klar sagen, hat eigentlich richtig gearbeitet. Da gab es viele Leute, die vom Fach sind und die auch in den entsprechenden Sitzungen die Sachen richtig ausgesagt haben. Nur dann wurde halt nach außen hin eine ganz andere Botschaft verbreitet und das kommt aus diesen Protokollen raus, war politisch angeordnet mehr oder weniger. Da ist dann der eine oder andere Name noch schwarz. Aber zum Beispiel war völlig klar laut RKI im März 2020, dass diese Seuche eigentlich nicht wirklich schlimm ist, dass eine Influenza schlimmer ist. Trotzdem wurde explizit dann gesagt, wenn der sowieso, wie gesagt, geschwärzt die Anweisungen gibt, sodass hochskaliert werden, dann war ja höchste Gefahrenstufe. Darauf haben sich ja alle Maßnahmen beruhten. Das Ganze war politisch gefordert worden. Aber es geht dann noch weiter. Also zum Beispiel die berühmten Masken, die FFP2-Masken in dem RKI, in den Sitzungen wurde gesagt, die bringen nichts. Das ist Arbeitsschutz. Nach draußen hin wurden die aber in manchen Bundesländern sogar verpflichtend draußen, also völlig absurd gefordert. Ja, und auch, dass die Spritze Ansteckung von anderen nicht verhindern kann. Das war von Anfang an im RKI klar. Also diese Leute dort, die in den Sitzungen saßen, das waren teilweise Leute, die die richtigen Sachen gesagt haben. Trotzdem wurde 2G und 3G und was nicht alles befohlen. Und dann wird auch völlig klar. Und das ist momentan ja, was viele Politiker und Medienleute so versuchen zu erzählen. Naja, wir wussten es nicht besser, war eine Riesenkrise und sozusagen Fahrlässigkeit. Das war Vorsatz. Das kommt schon jetzt aus diesen Protokollen ganz klar raus. Deswegen müsste eigentlich, wie gesagt, in einem funktionierenden Rechtsstaat mittlerweile nicht irgendwelche Kommissionen im Bundestag, wo die Täter ihre eigenen Taten dann aufarbeiten, sondern da müssten neutrale Juristen sich das anschauen und dann muss es Folgen geben. Und der Peter Hahn hat ja auch nicht umsonst gesagt, der ehemalige ZDF-Redakteur, sehr bekannt, der jetzt ja sehr, sehr gute Reden hält und Bücher schreibt, da müssen Handstellen klicken, weil es ist völlig klar, dass das Grundgesetz und auch die Menschenwürde massiv verletzt wurde und zwar vorsätzlich und mit bestem Wissen, dass es so ist. Und bis heute, aber es ist natürlich das Problem, dass da eben nicht nur bestimmte Politiker mit drin hingen, sondern auch die Massenmedien. Deswegen passiert da momentan noch nicht allzu viel. Aber ich bin mal gespannt. Also erstens mal ist natürlich hochinteressant, wenn da schon mit den Schwärzungen solche sensationellen Sachen drin sind. Was steht da eigentlich noch in den Teilen drin, die geschwärzt sind? Und man muss ja sagen, dass der Großteil ist geschwärzt. Es ist ja fast alles geschwärzt. Ja, es sind zumindest über 50 Prozent, wenn man das so überschlagsmäßig sehen kann. Ja, unbedingt. Ja, das ist ja, das zeigt sich ja immer mehr, auch bei diesen herausgeklagten Pfizer-Studien. Die wussten ganz genau, was sie machen. Sie wussten um die Gefährlichkeit dieser Substanzen. Sie haben es trotzdem gemacht. Sie haben das verharmlost. Es ist auf jeden Fall ein vorsätzliches Verbrechen. Das ist völlig klar. Das ist eines der größten Verbrechen der Weltzeitgeschichte. Das wird meiner Ansicht nach irgendwann rauskommen. Ja, es gibt ja momentan Zahlen. Da muss man halt gucken, dass 17 Millionen Menschen bis 20 Millionen Menschen weltweit dem schon zum Opfer gefallen sind. Aber es gibt allein in Deutschland eine Vielzahl von Menschen, die gestorben sind, vor allen Dingen auch Jüngere. Jetzt hat die Bild-Zeitung, das ist also eigentlich eine Verhöhnung, hat jetzt auch einen Artikel gebracht zum starken Anstieg von Krebsfällen bei Jugendlichen. Und fragen dann, ob das an der Ernährung liegt. Interessanterweise haben sie aber im Vordergrund von dem Bild Bratwürste abgebildet. Und eventuell ist ein geschickter Redakteur, weil Bratwurst, wissen wir, hat man bekommen, wenn man eine Spritze genommen hat. Aber es ist schon der Hammer. Es ist eine Verhöhnung der Menschen, die halt schwerste Probleme haben. Plus halt natürlich die vielen, die gestorben sind. Und wie gesagt, es eitert mittlerweile immer mehr raus in immer mehr Ländern katastrophale Zahlen, die auch Studien rausbringen über eine Million Übersterblichkeit in den USA. Großbritannien kommt viel raus. Und irgendwann wird sich diese Wahrheit nicht mehr unterdrücken lassen. Und das ist ja auch genau das, was vorhergesagt wurde. Es wurde, haben wir auch im Januar und überall gesagt, es ist vorhergesagt, dass es große Aufdeckungen geben wird. Und das ist eine der ersten. Und das kann man halt auch nicht einfach wegdiskutieren. Das sind irgendwelche ominösen Quellen. Nein, das sind offizielle Protokolle, die offiziell von einem deutschen Gericht freigeklagt wurden, die vom RKI kommen. Da sagt ja auch keiner, die sind falsch, weil die kommen vom RKI. Das hat sich ja auch mit Händen und Füßen gewehrt. Der Richter musste wohl androhen, dass es gleich komplett ungeschwärzt veröffentlicht werden muss, dass sie dann zumindest das jetzt gemacht haben. Aber es ist natürlich klar, die Inhalte sind halt einfach eine Atombombe medial gesehen. Und es kann keiner mehr kommen von wegen, das ist im Endeffekt geschwurbel. Es gibt ja solche Plattformen wie der Volksverpetzer, die dann halt einfach behaupten, völlig das Gegenteil. Die schreibt, es wird mir doch klar rauskommen, dass die Politik keine Fehler gemacht hat. Ja, das ist aber völliger Quatsch. Aber natürlich wird auch versucht, momentan den Leuten zu suggerieren, schaut euch das besser nicht selbst an. Das kann man ja tun. Die sind ja im Internet durch multipolar verfügbar. Also es kann sich jeder runterladen und kann selbst reinschauen, was da drin steht. Und dann wird er sehr schnell merken, dass das halt wirklich Knaller sind, im wahrsten Sinne des Wortes. Und das wird Folgen haben. Es gibt ja auch so einen Datenexperten, der wohl in der Lage war, dieses Geschwärzte wegzumachen, also in Anführungsstrichen. Und dadurch die ganzen Files lesbar zu machen. Gut, habe ich jetzt noch nicht genauer reingeschaut. Habe ich auch nicht. Habe ich nur gesehen. Es gab ja einen... Arme hat er erst von der Länge. Ich weiß nicht, ob er es ganz wegmachen konnte. Aber zumindest von den Längen her vermutet er, dass die Anweisungen zum Hochskalieren von einem Militär kamen. Die Bundeswehr war ja ganz stark mit drin. Später ja auch ganz offiziell mit dem Herrn Breuer. Und das sind natürlich alles Sachen, die so eigentlich gar nicht gehen. Von daher, ich bin mal wirklich gespannt. Aber wenn die Vorhersagen stimmen, vielleicht kommen die Schwärzungen ja noch weg. Und ich denke, dann wird spätestens... Also irgendwann werden eine Reihe von Leuten bei der Politik oder auch bei den Medien, die vielleicht denken, sie waren nicht ganz so stark beteiligt oder vielleicht auch im guten Glauben gehandelt haben. Und natürlich auch mussten, wenn ich was anderes sage, fliege ich raus. Dass die dann aber irgendwann sagen, jetzt ist Schluss. Es gibt ja schon ein Manifest von Angestellten der öffentlich-rechtlichen Sender, die geschrieben haben, wir können das so nicht mehr mitmachen. Die Meinungsfreiheit wird hier ja komplett zerstört. Das sind natürlich sehr unterschiedliche Leute. Da sind natürlich auch Kameraleute und viele andere dabei, nicht nur Redakteure. Aber man sieht, da regt sich was. Weil es gibt natürlich auch viele, die in diesen Medien mitgearbeitet haben, die aber jetzt nicht unbedingt vorsätzlich gelogen haben oder falsch schlagen. Die also entweder, wie gesagt, an Stellen gearbeitet haben, die erstmal inhaltlich nicht relevant sind. oder halt auch die im guten Glauben noch in ihrem Weltbild sozusagen das vertreten haben und jetzt aber auch feststellen müssen, sie selbst wurden ja auch komplett belogen. Nicht wenige von denen haben ja auch die Spritze genommen. Ja, und von daher bin ich mal gespannt. Aber ich glaube, das wird im Laufe dieses Jahres irgendwann eines der Themen sein, die das ganze System massiv zum Wackeln bringen werden. Und in diesem Manifest wurde ja auch die Kriegspropaganda ja auch deutlich genannt, die ja auch unerträglich ist. Also diese permanente Kriegspropaganda gegen Russland, das ist ja auch etwas, was schon heftig ist. Also dass da wirklich in den öffentlich-rechtlichen Medien ja sogar noch die Menschen, die Verhandlungen fordern oder Friedensgespräche fordern, dass die sogar noch verrissen werden. Das ist also einfach ein Unding, dass sowas passiert. Aber das ist, wie gesagt, eventuell einer der Gründe, warum man das macht, weil sie ganz genau wissen, bei der anderen Thematik hinten stehen sie mit dem Rücken zur Wand. Und dann versuchen natürlich, wenn es jetzt einen Konflikt NATO-Russland gäbe, dann haben die Menschen einen anderen Kopf für andere Sorgen, muss man so sagen. Einer der Gründe kann das sein, dass man versucht, jetzt verzweifelt eben mit dem Russland-Thema irgendwie und dem Gespenst des großen Dritten Weltkrieges dieses Thema wieder vom Tisch zu kriegen. Aber ich glaube, das wird ihnen nicht gelingen. Und deswegen haben sie dann wahrscheinlich irgendwann eigentlich alle Themen gegen sie. Was ja auch vorhergesagt wurde, das passiert nicht von heute auf morgen, aber der Prozess scheint sich momentan immer klarer zu zeigen, dass sie versuchen, irgendwas Neues aufzureißen. Und im Endeffekt wird es sich gegen sie wenden. Das ist so ein bisschen wie so ein Domino-Effekt, wenn also erst mal der erste Stein ins Rollen kommt, so wie jetzt auch bei diesen RKI-Files. Dann irgendwann geht eine Welle los und dann geht es immer schneller und immer weiter. Und dann werden auch diejenigen, die sich bisher zurückgehalten haben, auch deutlich ihre Meinung sagen. Und dann ist es irgendwann vorbei, das Narrativ. Es gibt ja immer die Wendehälse, die sagen, ich drehe jetzt mein Fähnchen, um vielleicht irgendwie doch noch davon zu kommen. Und ich glaube, da sind wir nicht mehr so weit weg, gerade bei dieser Pandemie-Geschichte. Wir werden ja nochmal, natürlich plant man da schon wieder was Neues, da kommen wir in einem anderen Interview nochmal dazu. Aber ich weiß nicht, ob sie das noch schaffen werden. Und irgendwann werden diejenigen, die sich nicht zu schuldig gemacht haben oder nicht zu vorsätzlich, sagen wir mal, böswillig Sachen falsch gemacht haben, überlegen, wann fange ich jetzt an, vielleicht die andere Richtung zu gehen, bevor es mich überrollt. Und wenn diese Welle beginnt, dann ist es aus. Dann ist es aus. Und das kann noch ein bisschen dauern. Muss man mal schauen. Und das kommt auch ein bisschen darauf an, was noch so alles passiert. Und andere, wie gesagt, Ablenkung ist natürlich auch immer eine gute Sache. Aber auch, wenn man dem Egon Fischer die Informationen zuhört, wird wohl ab dem Sommer bis 2027 dann halt wohl auch, das ist natürlich der unangenehme, unschöne Faktor, aber das hat alles höhere Gründe, dann auch diese Sterbewelle, die nicht nur mit der Spritze zusammenhängt, das muss man auch ganz klar sagen, aber massiv an Fahrt aufnehmen. Und irgendwann wird auch das so offensichtlich werden, dass man nicht mehr das mit falscher Ernährung oder was man da alles immer als irgendwelche Gründe momentan hernimmt, warum so viele junge Menschen auch vermehrt sterben, diese Turbokrebsgeschichte, die vorher ja gar nicht da war. Natürlich die plötzlichen Unerwarteten. Wir haben ständig Busunfälle. Jetzt hatten wir wieder einen ganz spektakulären, leider mit einigen Toten. Flixbus ist verunglückt, aber es ist fast täglich, fährt irgendwo ein Bus irgendwo, weil der Fahrer einen medizinischen Notfall hat, irgendwo mit ein bisschen Glück, bleibt dann noch stehen. Aber das häuft sich auch ganz massiv, die Sportlergeschichten. Jedes Wochenende ist irgendwo was. Interessanterweise hat einer geschrieben, und das stimmt. Bei Politikern sieht man das eher selten, mit dem plötzlich Unerwartet, wobei man da richtigerweise sagen muss, ab einer gewissen Höhe. Also Bürgermeister und so weiter trifft es auch. Aber ab einer gewissen Höhe hört man da wenig. Ja. Wollen wir auch noch über das Thema Russland sprechen? Natürlich, das schließt sich ja an, und da ist natürlich gleich das Nächste passiert, wo manche sagen, ob das wirklich passiert ist, ich wäre da vorsichtig. Also am 22. März gab es ja den schlimmen Anschlag auf das Konzert, der Gruppe Picknick in der Krokushalle, in der Nähe von Moskau. Ich glaube, 137 Tote ist momentan die offizielle Anzahl. Spannend ist aber, also dieses Event ist sicherlich nicht zufällig passiert. Ich habe ein bisschen geschaut, und allein das Datum, der 22. März nach amerikanischer Streitweise 322 wurde in den letzten acht Jahren schon zweimal für Anschläge verwendet, mit angeblich islamistischem Hintergrund, nämlich 2016 in Brüssel und 2017 in London. Auch jeweils sehr spektakulär mit vielen Toten. Und Brüssel hat interessanterweise die Vorwahl plus 322. Da braucht man sich auch nicht wundern, warum das das Hauptquartier der EU ist. Und 322 ist natürlich auch eine bekannte Zahl, zum Beispiel natürlich dieser berühmte, berüchtigte Skull and Bones Orden in den USA, wo ganz viele, die ganze Bush-Familie ist da drin, aber auch der Herr Kerry und viele andere hat in seinem Logo die 322 da drin. Also das ist schon mal sehr deutlich, die 22 Meisterzahl, Vielfaches von 11, wird immer sehr gerne genommen. Und deswegen ist schon mal klar, ein Finger zeigt, wer da hinten dran ist. Also das sind die üblichen Kräfte im Hintergrund, die diese Zahlen gerne nutzen. Die haben ja gewisse Energien, also die wissen ja sehr, sehr gut Bescheid über Zahlen, Magie und diese ganzen Geschichten. Astrologische Dinge, die sie uns hier alle als Mopeds verkaufen, nutzen sie natürlich. Deswegen ist das schon mal kein Zufall. Die spannende Frage ist jetzt natürlich schon, inwieweit wussten das die Russen vorher oder nicht? Also das, insbesondere weil ja die Amerikaner vorher Warnungen gegeben haben. Das war zwar am 8. März, oder am 7. März für 48 Stunden, wo die US-Botschaft, und das kann man von der Webseite immer noch sehen, und die Screenshots gibt es, eine Warnung an die US-Bürger in Russland gegeben haben, große Konzerte unter anderem, große Menschenansammlungen zu vermeiden. Ja, das war natürlich nicht in 48 Stunden, das war deutlich später. Und dann gab es ja aber auch die Victoria Nuland, die ist ja berühmt-berüchtigt, die war ja lange immer für die, war stellvertretende Außenministerin unter Obama, und jetzt auch wieder immer für die Ukraine zuständig. Die hat ja diese berühmte Geschichte damals 2014, dieses Telefonat mit dem Botschafter Faxe EU. Das wurde ja durch die ganzen Medien getrieben, dass dann in diesem Telefongespräch aber alles genau erzählt wurde, was dann später auch passiert ist, wer Ministerpräsident wurde und so weiter. Also die Frau ist berüchtigt, und die hatte ja auch im März gesagt, dass Putin noch einige Überraschungen erleben würde. Also böse, böse Überraschungen, ne? Ja, und interessanterweise ist die jetzt aber sehr plötzlich, kurz vor dem 22. zurückgetreten, in Klammer Worten, sie ist offiziell zurückgetreten, aber ich glaube nicht, dass sie das freiwillig gemacht hat. Auch spannend, vielleicht hat sie da ein bisschen zu viel gesagt, aber eins ist natürlich klar, völlig überraschend kann das für Russland und Putin nicht gekommen sein. Also die, das war schon klar offensichtlich, dass irgendjemand im Hintergrund da was plant. Deswegen, vielleicht wussten sie nicht, wo und wie. Aber ich habe gehört oder gelesen, dass keine russischen Sicherheitskräfte vor Ort waren. Das wäre ja auch sehr merkwürdig, oder? Ich weiß nicht, wie gesagt, aber es sind ein paar Sachen komisch. Also wenn ich, und ich denke, dass die Russen noch viel, viel, die Geheimdienste noch viel bessere, sagen wir mal, Vorkenntnisse hatten, dass was passiert. Und dann ist genau die Frage, natürlich kann ich nicht alle Großveranstaltungen ständig schützen, aber allein ein paar Polizisten oder Sonderein vor großen Veranstaltungen hätte das verhindern können. Also ich weiß nicht, wie weit Russland das nicht hat auch geschehen lassen. Da muss man wirklich mal so hart das sagen. Oder zumindest bestimmte Kreise in Russland. Die Bevölkerung hat das völlig überrascht und hat auch tief getroffen das Ganze. Was dazu führt, dass natürlich momentan die Regierung fast alles machen kann und auch wird. Ja, also das war aus meiner Sätze, ich habe das Gefühl gehabt, als ich das gehört habe, kam bei mir hoch, das ist ein Game Changer. Ja, das ist ein Game Changer, der Reaktionen von Russland bringen wird. Ja, und ich glaube, diejenigen, die das letztendlich gemacht haben, ich denke nicht, dass es die Russen selbst waren. Ich denke, es waren genau, wie gesagt, die Staaten sind sowieso nicht wirklich wichtig. Es sind die Hintergrundkräfte, die hängen nicht an irgendwelchen Staaten, die nutzen Staaten, um Teil und Herrscher zu machen. Und dass das Ziel natürlich war, dass Russland versucht, oder dass man Russland dazu bringt, endlich militärisch irgendwas gegen den Westen zu machen, um diesen gewollten Dritten Weltkrieg endlich auszulösen. Ja, weil das die USA, Schrägstrich Großbritannien hintendran sind, also das westliche Geheimdienst, die hinten dran sind, das hat ja der FSB-Chef von dem Russischen Geheimdienst öffentlich mittlerweile gesagt. Aber das ist auch keine große Sache, weil ursprünglich hieß es, der Westen wusste ja sofort, es ist der IS. Das war auch interessant, sofort. Bei September 11, da hatten sie innerhalb von kürzester Zeit alle Attentäter, wussten genau, wo es herkommt. Und normalerweise müsstest du ja erstmal vernünftig ermitteln, bevor du solche Aussagen tätigst. Genau. Aber der Witz ist natürlich an der Geschichte, das ist eigentlich ein offenes Geheimnis. Trump hat es auch mal gesagt, dass Obama den IS mehr oder weniger gegründet hat. Schrägstrich, die ist ja eher den aufgebaut. Das ist mittlerweile, haben auch genügend Insider gesagt. Das weiß natürlich auch Russland. Das heißt, wenn der Westen sagt, es war der IS, zeigen sie eigentlich auf sich selbst. Ganz lautstark. Gucken wir mal, wir waren es. Aber wie gesagt, die Motivation hinten dran soll, glaube ich, sein, dass Russland eine Aktion macht gegen den Westen. Und dann hieß es ja, die Ukraine war es. Aber auch in der Ukraine passiert nichts ohne den Westen. Interessanterweise ist das, ist ein bisschen anders gelaufen wie die anderen Attentate in dieser Richtung. Normalerweise sind die Attentäter nämlich immer tot danach. Und das ist in dem Fall ja nicht. Die sind alle noch da und die werden auch nicht alles wissen. Die sind sicherlich über Mittelsmänner beauftragt worden. Allerdings diese 5000 umgerechneten Dollar, die sie gekriegt haben sollen, das erscheint mir irgendwie extrem wenig. Also da stimmt auch irgendwas hinten und vorne nicht. Entweder waren die unter Mind Control, weil das ihnen das nicht gut bekommen wird und dass sie da wahrscheinlich nicht rauskommen werden. So schlau werden sie auch gewesen sein. Also von daher, da passt vieles nicht so richtig zusammen. Tatsache ist aber auch, um diese Zufälle nochmal, das habe ich mir dann nämlich angeschaut. Und also einmal ist diese 3-2-2, es gab ja den Film 2020, vielleicht haben ihn einige gesehen, Tenet, eine Hollywood-Produktion, wo es auch darum geht, dass die Zeit zeitweise rückwärts läuft, dass es ein Gerät gibt, das das erzeugen kann. Der Film ist sehr, sehr gut gemacht, hat interessante Wendungen. Aber interessanterweise ist am Anfang dieses Filmes, direkt am Anfang, kann man auch an YouTube den Anfang sehen, ein Überfall auf ein Musikkonzert, in dem Fall ein klassisches. Es ist auch nicht in Moskau, aber es ist der Saal, der Konzertsaal sieht sehr ähnlich aus, da kommen auch schwerbewaffnete Terroristen rein. Und also da wird, werden ja was vorweggenommen. Und das Spannende ist, in diesem Film ist mehrfach auch die 3-22 versteckt. In der Länge, aber auch in dem Datum, wo das in die Kinos gekommen ist und so weiter. Das sind so die kleinen Anzeichen, die man gerne macht. Und was mir dann halt noch aufgefallen ist, ich habe mal geschaut, weil die Hintergrundkräfte machen ja gerne noch weitere Andeutungen. Und wenn man ein bisschen rechnet, 2013 ist ja der Papstrücktritt gewesen und die Wahl des neuen Papstes, Franziskus, der wahrscheinlich diese katholische Kirche niederreißen wird, weil er ja auch Jesuit ist. Und wenn man dann noch mal schaut, interessanterweise, zwischen der Papstwahl und dem Attentat sind neun Tage und elf Jahre. Nein, Eleven. Und zwischen dem Papstrücktritt und diesem Attentat sind elf Jahre, ein Monat und elf Tage. Da haben wir also die Elf und auch das Nein, Eleven drin. Und das sind so die typischen, sagen wir mal, Fingerabdrücke, die die ganz offiziell hinterlassen, wenn man ein bisschen schaut. Und das ist super spannend. Das reißt nicht unbedingt, dass der Vatikan ursächlich was mit dem Attentat zu tun haben muss, aber dass die Leute, die hinter beidem stecken, damals den Papstrücktritt, wo ja auch völlig klar war, der war nicht ganz freiwillig. Und da wurde ja auch einiges kodiert. Da war ja am 11.02. N112, Notrufnummer, taucht jetzt momentan auch wieder bei einigen Videos von dem Anschlag auf, interessanterweise. Aber dass dieselben Leute, die damals den Papstrücktritt und den neuen Papst eingesetzt haben, wohl auch hinter diesem Anschlag stecken. Also da sind diese Zufälle einfach zu viel. Und was natürlich interessant ist, ich hatte das Gefühl, es war ein Game Changer. Ich hatte das Gefühl, dass ich bei meinem Sonderdenkbrief, das kam mir irgendwie auf jeden Fall, nochmal reinschreiben soll, dass es den klassischen großen dritten militärischen Weltkrieg, zumindest hier in Europa, so nicht geben wird, im deutschsprachigen Raum. Das kam mir rein, dass ich nochmal schreiben muss. Weil es hat sich wohl schon was verändert. Das kam von der einen oder anderen medialen Quelle, die an dem Tag nach dem Anschlag die Vision gehabt hat, dass da Raketen fliegen, tatsächlich von Russland nach Westen, nicht atomar. Aber dass eventuell Russland schon die Wahrscheinlichkeit höher ist, ist, dass Russland das ein oder andere Exempel statuieren kann. Und dass das passieren könnte, muss nicht unbedingt, aber die Wahrscheinlichkeit ist höher geworden. Und eine andere mediale Quelle hat nur die Botschaft bekommen, der Sturm beginnt. Also die Dinge werden jetzt hart aufnehmen. Und ich denke, es ist ja innerhalb einer Ereigniskette passiert mit Russland und NATO. Und die war noch nicht zu Ende mit dem Anschlag. Also ich denke, das wird weitergehen. Aber wie gesagt, keine Angst. Wobei gewisse Leute, also gewisse Länder wie Polen oder so, die müssen aufpassen. Aber dort, wenn man sich die Regierung anschaut, wenn man schaut, welche Maßnahmen die dort zeigen, die bereiten sich ganz explizit auf einen Krieg vor. Das muss man so hart sagen. Aber wir haben es ja auch vorhin gesagt, auch unsere Massenmedien machen ja Kriegspropaganda pur und einige Politiker, nicht alle, aber einige, die in früheren Zeiten kaum anders ausgesehen hat. Das ist schon unglaublich, dass sowas wieder passieren kann. Da bin ich auch erstaunt. Aber das ist auch wahrscheinlich alles notwendig und vielleicht auch tatsächlich jetzt eine gewisse Eskalation zwischen NATO und Russland. Die wird es, glaube ich, geben. Wie gesagt, die wird nicht völlig eskalieren. Und hier sieht momentan weiterhin weder astrologisch noch medial in Deutschland oder so jemanden Krieg. Das ist weiterhin so. Aber dass es vielleicht den einen oder anderen Einschlag gibt oder so, vielleicht brauchen das die Menschen. Weil ich merke momentan auch, der einen Seite ist es natürlich nicht gut, wenn die Menschen sich jetzt in Angst verzehren. Aber viele sind immer noch völlig ignorant und glauben alles, das könnte ja alles gar nicht passieren. Die wollen unbedingt in ihrem alten Weltbild bleiben und es ist noch alles gut. Und rundherum bricht eigentlich die Welt zusammen. Und irgendwann wird es sich aber natürlich einholen. Es ist ja nicht so, dass die Leute das sozusagen verstehen und dann, sagen wir mal, dem keine Wichtigkeit beimessen, weil sie an höhere Ziele und andere Sachen glauben. So ist es ja nicht. Das ist ja okay. Wenn man das verstanden hat, dann muss man das nicht mehr beachten. Aber die meisten ignorieren das ja, stecken den Kopf in den Sand. Und das ist, irgendwann kommt das zurück. Und das wird vermutlich, auch aus anderen Gründen kommen wir gleich drauf, im Sommer richtig Fahrt aufnehmen. Und dann werden die Menschen zwangsweise ihr Weltbild verlieren, ob sie wollen oder nicht. Und von da bin ich mal gespannt. Und wir kommen gleich noch mal auf die astrologischen Aussagen. Aber der April wird es schon in sich haben. Der wird unruhig werden. Wir haben dann natürlich noch ein zweites Thema, wo auch einer momentan, wie momentan die NATO mit Russland, da ist es mittlerweile klar, dass demnächst NATO-Truppen in Russland in großer Anzahl, in kleinerer ist es ja schon lang, und das Weißrussland, ja, wohl reingehen werden. Macron hat es auch öffentlich gesagt, ja. Du meinst, dass die NATO Weißrussland überfallen will? Nein, erst mal, dass NATO in die Ukraine Truppen bringt. Nee, weil du gerade sagtest, gerade Weißrussland. Ich dachte, nee, dann habe ich mich versprochen. Ach so, okay, okay. Das kann aber ein entscheidendes Thema sein, weil da in der Ecke tut sich auch momentan einiges. Da könnte es, also es könnte schon gut sein, dass es demnächst wieder plötzlich und unerwartet ein Ereignis gibt und dann wird die nächste, das nächste Kettenglied genommen, also die Ereigniskette, und dann geht das nächste los. Und das ist eigentlich fast zu erwarten. Und es ist interessant, ich habe ja schon mal drüber gesprochen, es gibt da den Canadian Prepper, der ein bisschen sehr alarmistisch ist, aber der immer sehr schön erklärt, was alles passiert auf den Konfliktherden. Und das ist schon der Hammer, wie so Stück für Stück es immer weiter nach vorne geht und die Massenmedien natürlich darüber nichts berichten, aber wo auch nicht nur erzählt wird, es kommt der Krieg, sondern gerade von westlicher Seite an vielen Stellen ganz, ganz konkrete Vorbereitungen getroffen werden, um das zu machen. Und die Friedensbewegung ist praktisch nicht existent in Deutschland. Das ist schon spannend. Also was ja ein bisschen ein Widerspruch sein könnte, ist ja, dass, also man sieht ja ganz deutlich, dass der Deep State auf allen Ebenen versucht, eben die Konflikte nach oben zu treiben und wirklich einen Dritten Weltkrieg zu provozieren. Also Stichwort Israel, Stichwort Ukraine und da ja immer weitergehen, was Macron macht, was du gesagt hast, dass die NATO ja auch offiziell dann in der Ukraine sich schon ankündigt. Und wenn man das so sieht, ist es natürlich sehr, schon sehr besorgniserregend. und also böse Zungen könnten ja jetzt auch sagen, ja, die Träumer, die Spiris, die Leute, die an Prophezeiungen glauben, die werden so lange sagen, es gibt keinen Dritten Weltkrieg, bis er dann einfach da ist, weil sie einfach weggeguckt haben oder es auch nicht wahrhaben wollten. Weil wenn man jetzt mal so diese reinen Fakten sieht, also die machen ja immer weiter. Also die provozieren Russland ohne Ende und die lassen, also das war ja schon damals so in der Ukraine, dass die immer weitergemacht haben und Russland immer weiter provoziert haben und immer weiter gegen die Zivilbevölkerung im Donbass vorgegangen sind, bis Russland ja am Ende auch gar keine Wahl mehr hatte, als irgendwie zu reagieren. Also irgendwie reagieren, wahrscheinlich eher asymmetrisch, weil die wissen natürlich und insbesondere Putin weiß ganz genau, was sie natürlich mal diesen Aktionen herausfordern wollen. Ja, aber ich kann nur sagen, also ja, es gibt natürlich, also aus der medialen Welt im Endeffekt, aus der geistigen Welt, hat man aber auch damals, da haben wir auch drüber gesprochen und das ist ja auch so eingetroffen, den Ukraine-Krieg vorhergesagt. Also wenn ein Krieg kommt, dann wird der auch vorhergesagt, wobei es immer, Polen war schon mal ziemlich kritisch, dann ist es, die Zeitlinien wandern auch. Aber im Endeffekt, was mir halt einfach gekommen ist, durch die Ignoranz der Leute muss vielleicht auch etwas mehr passieren. Vielleicht ist aus höherer Sicht deswegen jetzt auch eine gewisse Eskalation einfach notwendig, um die Menschen mal aufzuwecken. Und das auf erster Ebene, politischer Ebene, wie wir das sehen, das ist ja nur die sichtbare Ebene. Und ich habe dann letztens auch geschrieben, wir sehen hier auch schon einen Film, allerdings einen schlechten Film, weil, und da ist dann auch auf der zweiten Ebene, gibt es natürlich sowas wie Whiteheads und die Hintergrund-Eliten, aber auch dazu sterben jetzt so viele Leute momentan. Also es ist irgendwie ein bisschen, deswegen schlechter Film. Ja, aber aus höherer Sicht muss das wahrscheinlich alles sein. Wir kommen gleich noch dann drauf, was im Sommer vermutlich passiert, weil jetzt einfach die große Umwandlung passiert der Menschen. Und wie gesagt, ich habe auch nicht einen Überblick über alles, was von oben geplant ist. Dazu bin ich, auch die Leute, die mit den medialen Menschen, die in Kontakt sind, kriegen nicht alles gesagt. A, B, die, mit denen sie in Kontakt sind, haben auch nicht den ganz großen Überblick teilweise. Das sagen die ja beim Egon auch. Das ist auch okay so, weil man ist nicht allwissend und weiß alles, nur weil man in einer geistigen Welt zu Hause ist. Ja, das ist auch nicht so. Von daher müssen wir abwarten. Aber es geht am Endeffekt um die Menschen, um die Seelen und den Aufstieg jetzt beziehungsweise die Veränderung zur neuen Welt hin. und wenn gewisse heftigere Ereignisse notwendig sind auf der Erde, dann werden die passieren. Ja, was nicht kommen wird, ist ein Atomkrieg. Das ist völlig klar. Da gibt es eben auch, selbst wenn jemand einen Knopf drücken würde, sei es Außerirdische oder so, die das einfach stoppen können. Also dann funktionieren die Sachen einfach nicht. Aber das zum Beispiel, und das ist mir dann so gekommen, weil da gibt es ja zum Beispiel auch ein Filmbeispiel, ein anderer Russe, das hat der FSB-Chef nicht gesagt, aber ein russischer Analyst hat sehr stark auf den MI6 aus London gezeigt, was diese Theateranschlag betrifft, was sehr wahrscheinlich ist, weil gerade Großbritannien da ja ganz stark involviert ist in alle Geschichten rund um die Ukraine und so weiter. Und es gibt ja beim James-Bond-Film Skyfall auch am Anfang eine Szene, dass auf das Hauptquartier des MI6 ein Bombenanschlag verübt wird. Das ist zwar eine interne Bombe, wo man dann sieht, wie dann da ein Großteil des Hauses auseinanderfliegt. Und da, mein Gott, dass eine Kindschale mal da reinfliegt, so als deutliches Zeichen, die Russen könnten es machen. Und das muss nicht so sein, aber das ist mir so gekommen. Und das könnte ein weiterer Teil dieses schlechten Filmes sein, dieser Ereigniskette, die vermutlich aber so richtig loslaufen wird erst nächstes Jahr. Und das ist auch klar, dieses Jahr geht es mir um die Aufdeckung und um die Menschen. Aber du hast vorhin Israel angesprochen, da ist ja eigentlich genau dasselbe dahinter. Jau bettelt ja förmlich um einen Krieg. Jetzt hat er in Damaskus das iranische Konsulat zerstört, nicht die Botschaft, die ist nebendran. Und auf der anderen Seite, glaube ich, die kanadische Botschaft, aber das kann man ja sehr gut machen, aber das iranische Konsulat und da waren wohl mehrere hohe Offiziere der Republikanischen Garten drin, die sind getötet worden, was natürlich eigentlich exteriores Gebiet ist, also sprich, das war eigentlich ein Angriff auf den Iran. Zwar in Syrien, aber eben auf den Iran. Und das sind natürlich Sachen, die gehen eigentlich gar nicht. Also das ist eigentlich eine ganz klare Kriegserklärung. Jetzt muss man mal gucken, aber der Iran weiß ganz genauso wie auch Russland, dass man natürlich ihn provozieren will, unbedingt, dass die den ersten Schuss losgeben, weil man will ja immer zurückschießen. Aber auch da bettelt er förmlich darum, weil er braucht natürlich auch ganz persönlich unbedingt den Krieg, weil er ist ja eigentlich strafrechtlich schon mit einem Bein im Knast und wenn er die Immunität nicht mehr hätte, würde er wahrscheinlich da auch landen. Deswegen ist es für ihn ganz persönlich ganz wichtig und ein Großteil der Israelisten, mit Menschen geht das ja auch nicht mit. Es gibt sehr große Demonstrationen gegen ihn. Die wissen natürlich auch, was die Stunde geschlagen hat. Aber da sieht man halt, wie man an allen möglichen Stellen momentan versucht, zumindest diesen Krieg irgendwie, diesen großen Krieg herbeizuführen, wobei im Nahen Osten könnte dieses Jahr da schon durch noch einiges passieren. Interessanterweise haben ja auch die Amerikaner über Griechenland 3000 Militärflankfahrzeuge, haben sie in Griechenland angelandet, aber dadurch, dass die auch im Wüsten-Tarnanstrich sind, sind die eher nicht für die Ukraine beziehungsweise die Nähe der Ukraine gedacht, sondern die sollen, glaube ich, in Richtung Süden gehen. Also da bahnt sich auch was an, aber der Nahen Osten ist nochmal eine andere Geschichte. Das ist ein Konflikt her, der sich auch in irgendeiner Form lösen wird. Und wenn man schaut, energetisch gesehen, was der Egon gesagt hat, sieht es da nicht gut aus. Also von daher muss man mal schauen, was da passiert. Allerdings, es ist momentan natürlich der Versuch, den Menschen ganz viel Aufregung zu erzeugen. Und weil auch in Israel natürlich die Spritze, da war man ja ganz stark mit Maßnahmen, und der Spritze, da haben natürlich auch viele Menschen schon verstanden, was der Staat da mit ihnen angerichtet hat. Das wird auch dazu beigetragen haben, dass eben jetzt nicht mehr nach dem Angriff der Hamas, wo ja viele Fragezeige sind, haben wir darüber gesprochen, die Israelis wie ein Mann hinter ihrer Regierung stehen, sondern ganz im Gegenteil. Die Regierung hat dort, wie fast überall im Westen, massiv das Vertrauen verloren. Und wenn du momentan auch schaust, auch diese Versuche, die Meinungsfreiheit zu begraben, das haben wir ja, in Deutschland haben wir schon drüber gesprochen, mit dem Demokratiefördergesetz. Aber wo du hinschaust, in Schottland gibt es jetzt so ein Gesetz, in Frankreich, in Irland, in Kanada soll es kommen, in Brasilien, überall, wo noch Regierungschefs oder hohe Leute an der Macht sind, die dem WAF, WF oder gewissen Kreisen nahe sind, bringen momentan Gesetze durch, die bestimmte Meinung teilweise unter entsprechende Gefängnisstrafen stellen. Aber das ist auch ein deutliches Zeichen, nicht der Stärke, sondern der Schwäche. Natürlich, wenn die Gesetze da sind, kann man Exempel statuieren. Das wird ja auch teilweise gemacht, immer wieder, auch hier in Deutschland. Großschlässig kann man es gar nicht durchsetzen. Aber das ist, Sie wissen ganz genau, dass Ihnen die öffentliche Meinung völlig abhanden kommt. In allen diesen westlichen Ländern, der Trudeau kann sich nicht mehr auf die Straße trauen, auch hier, wenn irgendeine Wahlkampfveranstaltung ist und der Kanzler kommt oder irgendein Minister oder Ministerin, die haben keinen Spaß mehr dabei. Und das ist in Frankreich so. Und diese Entwicklung ist im ganzen Westen zu sehen. Und von daher, politisch wird sich viel tun, auch der Holzfäller hat mir zum Beispiel zu Frankreich jetzt gesagt, er sieht da dem Macron, der wird sich einer neuen französischen Revolution gegenübersehen. Ja, und das wird, der Westen wird zerfallen. Aber wie wir in dem letzten Interview über die chinesische Astrologie und andere Zyklen geredet haben, richtig stark sehen wird man das vermutlich erst im nächsten Jahr. Dieses Jahr scheint es mehr um die Menschen zu gehen und das Innere der Menschen. Und das ist super spannend. Und da kommen wir natürlich zu einem Thema, wobei, kurz will ich noch die Brücke erwähnen in Baltimore, die eingestürzt ist, weil ja ein großes Containerschiff mit dem Namen White Lion, weißer Löwe, da gegen den Pfeiler gefahren ist, wo ja interessanterweise das FBI nicht mal einen Tag später schon ganz sicher wusste, dass das kein Anschlag war. In Klammer, wenn das FBI das nach einem Tag sagt, kann man das eigentlich als sicher annehmen, dass es ein Anschlag war. Das konnte man aber auch allein an den Webcam-Bildern, die die Sachen gefilmt haben, gut erkennen. Im Endeffekt ist es etwa so abgelaufen, das Schiff war ja eigentlich auf einem guten Kurs, hat dann kurz vor dem Pfeiler auf einmal auf diesen Pfeiler zugesteuert. Und danach gab es innerhalb kurzer Zeit zwei Stromausfälle, wo vermutlich die Leute, die versucht haben, an Bord das irgendwie noch zu ändern, nichts mehr ändern konnten, weil eben der Strom weg war. Und wenn der Strom so weg ist, es gibt redundante Systeme auf diesen Schiffen, es gibt Notstromaggregate, das heißt, wenn das gar nicht mehr geht, dann ist das nicht irgendein Effekt, sondern da hat jemand, der sehr genau wusste, was er tut, die Sachen lahmgelegt, sei es das Sabotage oder sei es durch Hackerangriffe. Ja, das ist also das nächste Glied in der Ereigniskette, das ist ja nur vier Tage nach Moskau passiert, was mir erst mal so die Idee gebracht hat, vielleicht war das eine erste Antwort von Russland. Dafür spricht, dass glücklicherweise beim Zusammenbruch dieser Brücke ja nur sechs Menschen ums Leben gekommen sind, dass man Bauarbeiter, weil kurz vorher ja noch eine Warnung rausgegangen ist, dass man die Brücke gesperrt hat. Die eine Fahrtrichtung war eh gesperrt durch Bauarbeiten, deswegen auch die Bauarbeiter, die andere, das konnte man auch sehen, da sind noch drei Laster drüber gefahren, der eine hat es noch gerade so geschafft, aber danach wurde die Brücke, war die gesperrt, weil angeblich kurz vorher eine Warnung gekommen wäre, manche sagen von dem Schiff, aber wenn man sich das genauer anschaut, ist das zeitlich alles eigentlich zu eng, also sprich, irgendjemand muss da rechtzeitig gewarnt haben und das spricht aber, würde eher für Russland sprechen, die eigentlich keine großen männlichen Opfer haben, was gegen Russland spricht, ist aber auch, dass es von dieser Geschichte mehr oder weniger eine Vorankündigung gab und da kommen wir wieder zu einem Film, nämlich dem von den Obamas sehr stark finanzierten Netflix-Filmen This World Behind mit Julia Robbers, wo es ja um einen großen Hackerangriff geht, der die ganze USA lahmlegt, der letztes Jahr rausgekommen ist und wo am Anfang als erstes mehr oder weniger Anzeichen, dass was nicht stimmt, auch ein großes Schiff, in dem Fall ein Öltanker, auf den Strand auch fährt und das ne, das Schiff heißt Dali, was im Endeffekt, das Schiff hieß Dali, was an die Voldemort Bridge gefahren ist und das Schiff, was da aufgefahren ist, heißt White Lion und das Spannende ist, also genauso wie das Schiff, was gegen den Pfeiler, das Schiff, das Schiff hieß Dali, besandt nach Salvador Dali, dem Maler, also ganz so einfach haben sie es nicht gemacht, ich habe mich vorhin versprochen, das Schiff. Ach so, ach so, okay, weil du hattest vorhin, ja, okay, dann hast du das, ja, alles klar. Aber das Spannende ist, dass das Schiff, dass der Salvador Dali natürlich ein Bild gemalt hat mit dem Namen White Lion, hat übrigens auch ein Bild gemalt, die zerstörte Brücke und was natürlich jetzt auch spannend ist, jetzt kann man natürlich sagen, das ist alles Zufall, nicht, allerdings habe ich direkt danach angefangen zu suchen im Internet, nach dem Bild, also ich habe einfach eingegeben, ich wusste es nicht, ich habe einfach gegeben, eingegeben Dali und White Lion und dann kam eine Reihe von Bildern in der Bildersuche, wo du das Bild von Dali gesehen hast, weißer Löwe. Ich habe das zwei Tage später nochmal gemacht und dann hast du das Bild da nicht mehr gesehen. Da kamen dann noch irgendwelche Löwenskizzen von Dali, aber nicht das Bild, weiter, das haben sie in der Bildersuche in Google offensichtlich rausgenommen. Du hast dann noch gefunden über die Textsuche, weil es gewisse Galerien gibt, die Nachdrucke davon haben und da konntest du es dann noch finden. Aber in der Bildersuche hat man offensichtlich was verändert und das ist natürlich sehr verdächtig. Man wollte diesen Zusammenhang wohl nicht zu offensichtlich machen. Und dann ist das auch wieder eine Vorankündigung, ein Schiff wird durch einen Hackerangriff sozusagen störungsunfähig gemacht. Was könnte denn das Motiv sein? Da kann man jetzt viele Dinge reininterpretieren. Tatsache ist, es hat einen wirtschaftlichen Schaden natürlich für Baltimore und für die USA. Der Hafen ist auf unabsehbare Zeit nicht passierbar. Es ist der größte Autohafen der Welt, der der USA, wo die Autoumschläge passiert sind. Die Brücke hat eine gewisse militärische Bedeutung. Für diese Brücke sind viele, eine der wenigen Brücken, wo auch Gefahrguttransporter drüber durften. Muss man abwarten. Allerdings ist es definitiv kein Unfall gewesen. Das kann man, glaube ich, jetzt schon ganz klar sagen. Und wir werden mal schauen, was da noch rauskommt. Es ist allerdings, wir haben darüber gesprochen, innerhalb weniger Tage, der zweite ganz große Vorfall, der offensichtlich von Hintergrundkräften aus irgendeiner Intention, und da kann es natürlich auch sein, es gibt auch im Hintergrund die Kräftearbeit nicht mehr zusammen, auch die dunklen nicht, dass das vielleicht eine Aktion der einen Hintergrundkraft gegen die andere war, um irgendwas aufzuhalten. Da stecken wir nicht drin. Das könnte dann auch erklären, normalerweise, wenn das die Amerikaner selbst waren, als die Amerikaner, also Geheimdienste, die schert das nicht, dass viele Menschen tot sind. Im Gegenteil, je mehr desto besser. Die hätten so eine Warnung nicht ausgesprochen. Aber vielleicht war das eine andere Gruppe, die halt nicht unbedingt große Menschenopfer da haben wollte, sondern andersweilig in Zeichen setzen wollte, weil das ist auffällig, diese Warnung, die da vorher kam. Die ist eigentlich unüblich. Das ist von außen ganz schwer zu sagen, was genau im Hintergrund da wer wie wo macht. Es fällt nur auf, es sind keine Zufälle, es ist eine Steuerung hintendran, dazu gibt es zu viele Hinweise, die Sie auch vielleicht hinterlassen müssen oder wollen. Und es ist ein weiterer Teil dieser Ereigniskette und wir werden sehen, es wird weitere Ereignisse geben, allerdings die Größenordnung der Ereignisse sind jetzt schon heftig. Und was nun natürlich kommt, was eigentlich in fast jedem Kanal, der sich irgendwie astrologisch beschäftigt, der mit Vorhersagen beschäftigt, ist natürlich die große Sonnenfinsternis, die am 8. April über den USA zu sehen sein wird. Interessanterweise am 25. März war hier eine Mondfinsternis. Da sagt man, das kann schon sehr gut, weil die wirken ja auch vor und nach mit dem Terroranschlag in Moskau zusammengehängt haben. Auch die Sonnenfinsternis wirkt vor, aber vor allen Dingen lange nach. Das ist mal relativ sicher. Nun gibt es natürlich eine Million Aussagen, was da alles passieren soll, am 8. Ich vermute mal, wahrscheinlich passiert da gar nichts, es sei denn, man hat wirklich, es gibt so ein paar Hinweise, also in den USA gibt es schon ein paar ganz merkwürdige Vorbereitungen, also auch irgendwie in den Niagara-Fällen, man warnt vor Internet-Ausfällen und so, also schon ein paar merkwürdige Sachen, was mit der Sonnenfinsternis erst mal wenig zu tun hat. Von daher könnte da natürlich auch wieder was geplant sein, dass natürlich gewisse dunkle Kräfte, das hat Egon auch noch mal geschrieben, Egon Fischer, diese Sonnenfinsternis für Rituale und bestimmte Dinge nutzen werden und wollen, ist völlig klar. Und spannend ist natürlich auch, dass es diese Sonnenfinsternis, mit der vom 13. Oktober letzten Jahres ein Kreuz bildet, direkt über Texas, wo natürlich jetzt auch ein Konfliktpotenzial ist bezüglich der Grenze und zudem kommt ja jetzt, glaube ich, im Umfeld, glaube ich, wenn nicht sogar an dem Tag dieser Film Civil War raus, wo in einem Spielfilm, wo ein Bürgerkrieg in den USA gezeigt wird, der sich daran entzündet, dass Texas mit 19 anderen Staaten austritt. Ja, der nächste Film, der sehr prophetisch zu sein scheint. Plus halt, das ist interessant, es gibt noch ein weiteres Kreuz mit der Sonnenfinsternis 2017, da gab es ja auch einen in den USA und zusammen ergeben sie das Alep-Zeichen. Also, da kann man jetzt lange drüber reden, da bin ich auch nicht so tief drin. Tatsache ist, diese Sonnenfinsternis ist extrem symbolbehaftet und es gibt dann noch eine besondere Konstellation am 21. April, Jupiter, Uranus, das sind alles Konstellationen, die wohl sehr stark auf Umbrüche, auf was Neues, also nicht unbedingt negativ, aber sozusagen, da beginnt eine Zeit, die es in sich hat. Die französische Revolution, da sind dann wieder dabei, die hatte wohl auch diese Konstellation, Uranus, Jupiter, was hatte ich gerade gesagt, Uranus, glaube ich, ich bin da nicht so tief drin, aber jedenfalls, dass diese Sonnenfinsternis, was ganz Besonderes ist, dass momentan, dass die NASA wohl da drei Raketen irgendwie hochschicken will, um irgendwelche Messungen zu machen, dann geht es darum, dass momentan, dass das CERN angeblich an diesem Tag den Large Hadron Collider wieder in Betrieb setzen will, wenn sie was Bestimmtes vorhaben, wäre das nicht unwahrscheinlich, ich habe allerdings auf der Webseite vom CERN nichts gefunden, es gibt ein paar komische Seiten im Internet, die das behaupten, es gibt die englische Zeitschrift Daily Mail, die das geschrieben hat, ja, aber da weiß ich nicht, ob das wirklich so ist, würde mich allerdings nicht wundern, diese ganz spezielle Konstellation wollen alle Kräfte natürlich nutzen und der Egon hat jetzt nochmal ein Artikel dazu geschrieben, er sagt, das wird auch der Startschuss sein zu einer ganz starken energetischen Entwicklung, er sagt üblicherweise, wenn was in der 3D-Welt passiert, dauert das üblicherweise, also das an dem Tag, was passiert, ist eher unwahrscheinlich, er sagt, er kennt das aus früheren Zeiten, das dauert ein bis zwei Wochen, bis maximal zwei Monate, bis sich sowas dann auch zeigt, was natürlich passieren kann, was auch in der Vergangenheit immer wieder war, dass so eine Sonnenfinsternis auf die Erde einwirkt, das heißt, dass es vermehrt Erdbeben gibt, Vulkanausbrüche und wir haben das jetzt schon, also wir hatten jetzt ja in Taiwan das schlimme Erdbeben, wo glücklicherweise, es war immer ein 7,5, was nicht ohne ist, aber dadurch, dass Taiwan, also in Asien, wenn das Geld da ist, baut man sehr, sehr erdbebensichere Häuser mittlerweile, deswegen ist da im Verhältnis relativ wenig passiert angesichts der Stärke dieses Bebens, das kann aber auch schon ein Vorläufer eben genau dieser Sonnenfinsternis gewesen sein, weil die wirkt eben auch nach vorne und dass momentan die Erde ziemlich aktiv wird, das zeigen solche geologischen Seiten an, ja, also schon im Vorfeld und da könnte natürlich durchaus einiges sein, auch Thema Erdplatten, da müssen wir mal schauen, was da passiert, da gibt es natürlich auch Vorhersagen, dass die USA eventuell durch unterseeische Beben von großen Tsunamis getroffen werden, da muss man mal abwarten, ob das dann genauso ist, aber dass das eine Art Wendepunkt ist, diese Sonnenfinsternis und danach ist, also wie gesagt, die Dinge, was wir jetzt gesehen haben, im März waren Vorläufer und das wird danach mehr werden, sowohl die Unruhe, die wir hier auf dem sichtbaren Level sehen, aber ganz stark Richtung Sommer, wo dann in den Menschen zwangsweise viel passieren wird, der Egon hat geschrieben, das ist, die Schwingungserregung wird ganz massiv zunehmen, ab der Sommerfinsternis nochmal und das wird jeder Menschen in der einen oder anderen Form spüren. Die Fühligen haben das schon länger gespürt und werden das stärker spüren, bei denen mag das aber auch schneller gehen, werden andere Leute das ignorieren, aber irgendwann kommt es so mit Macht und das wirkt auf den Geist, das wirkt aber auch ganz stark auf den Körper und er hat das schön erklärt, im Endeffekt die Frequenz erhöht sich und das kann man ja auch sehen, wenn man zum Beispiel eine Platte auf den Lautsprecher legt und da Sand drauf macht, bei bestimmten Frequenzen bilden sich schöne Muster und zwischendrin ist Chaos und so wird das jetzt auch sein. Es gibt stabile Schwingungsmuster und es gibt, wenn die Frequenz sich erhöht, irgendwann wieder ein stabiles und dazwischendrin wird es aber chaotisch und das wird alle Menschen durchrütteln, wie er es so schön gesagt hat und das wird meiner Ansicht nach dann auch eben Folgen im Außen haben, aber das dauert einen Moment, aber dieses Jahr wohl ganz stark im Sommer beginnen, dass jeder Mensch merkwürdige körperliche Feminismus hat, aber auch viele Menschen innerlich zerrissen werden, je nachdem, wie viele Aufgaben er noch zu machen hat, werden die hochkommen und die Folgen davon wird man dann im nächsten Jahr sehen, ganz stark im Zusammenbruch eben des Systems, meiner Ansicht nach, aber dieses Jahr wird eigentlich jeder was spüren, wobei es ist nicht negativ nur zu sehen, also es wird für viele auch Erleichterung stattfinden, vielleicht gerade für die, die in den letzten Jahren schon ziemlich viel durchgemacht haben und gelitten haben. Ja, ich habe auch heute Morgen die Information bekommen, dass in den nächsten ein bis zwei Wochen halt eine besondere Energiefrequenz auf der Erde ist und dass es wichtig ist, dass wir uns vor allen Dingen auf das fokussieren, was wir wollen, also was wir erreichen wollen, auf unsere Ziele, auf unsere Wünsche, dass wir da wirklich möglichst klar sind und genau und auch bezüglich der, in Bezug auf diese hohe Schwingung, die immer mehr auf die Erde kommt, klar für die Feinfühligen, die bekommen das ja mit und diejenigen, die halt nicht so auf dieser Ebene sind und sich nicht damit beschäftigen, die merken es auch und teilweise merkt man es auch dadurch, dass bei den Menschen auch viele Schatten hochkommen und dass sie diese negativen Seiten oder Anteile sich nochmal viel deutlicher zeigen beziehungsweise bestimmte Leute, man hat den Eindruck, bestimmte Leute drehen am Rad, weil einfach durch diese Schwingungserhöhung diese ganzen alten Muster und Programme also an die Oberfläche kommen und sichtbar werden und es ist eine sehr, eine sehr, sehr spannende Zeit und wichtig ist für all die, die jetzt hier zuschauen und zuhören, dass ihr wirklich euch fokussiert auf das Lichte, auf das Gute, auf das Wahre, das Schöne, auf eure Ziele, auf eure Wünsche, dass ihr euch nicht abbringen lasst von eurer inneren Stimme, von eurem Weg, dass ihr auch nicht ins Zweifeln oder in Sorgen geht, sondern dass ihr wirklich absolut versucht, in eurer Mitte zu bleiben, weil dann wird es ein sehr, sehr guter Übergang sein und dann könnt ihr die Zeit auch wirklich optimal für euch nutzen. Also auch Erden ganz wichtig geht in die Natur, gerade wenn manchmal wird der Körper verrückt spielen, das haben auch viele schon erlebt, auch momentan ist auch die Schumann-Frequenz wieder extrem aktiv und dann hast du auf einmal, ich hatte auch, mein linker Arm hat mal einen Tag lang wehgetan, aus nichts raus, aber das war dann auch wieder vorbei. Das wird körperliche Symptome gehen, rennt nicht wegen jedem Kleinigkeit gleich zum Arzt, weil wenn er in die Medizinmaschine kommt, dann kriegt er irgendwelche Medikamente oder so, die dann unter Umständen mehr kaputt machen als ganz, aber das ist eben der Körper wird verrückt spielen, aber auch zum Beispiel die Gedanken, genau was du sagst, es werden alte Schattenthemen hochkommen, auf einmal kriegt man einen Hass auf irgendjemanden, weiß gar nicht warum, wenn sowas kommt, in die Natur gehen, irgendwo abschalten, gute Musik hören, meditieren, das sind diese typischen Erscheinungen, die alle wahrscheinlich in der einen oder anderen Form betreffen werden, den einen halt mehr, den anderen weniger, ich meine, viele haben schon, ich würde das mit einer Waschmaschine vergleichen, würde, wir hatten bisher schon den Vorwaschgang, das ist jetzt nicht alles, was noch kommen wird, aber der Hauptwaschgang kommt vermutlich ab dem Sommer, ja, und wenn man das aber weiß, dann kann man auch gewisse Sachen gut handeln und je mehr natürlich Menschen früher schon die Hausaufgaben gemacht haben, desto weniger wird sie das jetzt noch mitnehmen oder belasten, die halt gar nichts gemacht haben, also die alles ignoriert haben, die werden sich wundern, die werden sich erstmal gesehen, und das ist, das ist wohl die ganz große Thema dieses Jahres, plus von außen weitere Enthüllungen, weitere Dinge, die einfach das Weltbild zwangsweise zum Einbruch bringen werden, ja, das sind die Sachen, die dieses Jahr anstehen, und dafür steht wohl ganz stark diese Sonnenfinsternis auch, es ist definitiv ein Startschuss. Ja gut, lieber Peter, danke für das spannende Gespräch, ihr Lieben noch kurz zur Erinnerung, unter diesem Video findet ihr die Aktion von 19. bis 22. April, Express Darmco Premium mit mir zusammen und unserem Team, sehr zu empfehlen, schaut es euch unbedingt an, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr euch gerne in unser Kundenservice, verlinken wir auch alles da drunter, und ja, also wir werden jetzt ja erleben, was alles Spannendes passiert, wichtig ist, dass wir im Vertrauen bleiben, dass wir in der Verbindung bleiben, dass wir uns immer daran erinnern, dass wir Schopfer, Götter sind, dass Freude und Liebe unser wahres Sein sind und wenn wir uns immer wieder damit verbinden, wird auch alles gut und ja, Peter, danke, gerne, freuen uns auf das nächste Update. Wir haben wieder genug zu reden, haben, ich will auch noch die Botschaft, die Parma Sovereinander momentan interessanterweise auch sehr stark rausbringt, die passt auch gut, hört nicht, was die Leute draußen rum sagen, bleibt bei euch, die Leute draußen rum haben aus genannten Gründen unter Umständen auch ganz andere Themen, warum sie dann vielleicht so sind und es geht um euer Inneres, ganz entscheidend, darum geht es. Alles klar, danke, alles Liebe, bis bald, ciao. See you next week. to be